guten morgen guten morgen guten morgen das hier könnte jetzt ein etwas anderes video werden als was du von mir kennst weil ich eigentlich ein bisschen wütend bin bin eigentlich ein bisschen wütend und dachte jetzt gehe ich mal ganz spontan hier live warum bin ich wütend weil ich einfach beobachte wie viele wie viele auch du sich bislang immer noch etwas vormachen versuchen anderen etwas vorzumachen und sich eigentlich lügen deshalb wollte ich einfach mal ein bisschen klartext hier mit dir sprechen um dich wach zu rütteln um dich um dich wirklich mal wach zu rütteln weil ich einfach das potenzial deine größe sehe das was wirklich in dir steckt ich würde gerne meine augen geben dass du mal auf dich schaust mit mit meinen augen aber das geht ja nicht deshalb auf dem weg hier würde ich dich jetzt endlich mal gerne wach rütteln und zwar schau mal du bist hier in der gruppe weil ich irgendwas ja angetriggert hat irgendwas hat dich dazu bewegt hier in die gruppe rein zu kommen du willst deinen seelenplan entdecken du willst deinen seelenberuf kreieren du willst dir ein freies leben nach deinen träumen erschaffen du willst lernen richtig zu manifestieren also bestellungen beim universum abzugeben damit du dir dein leben so gestalten kannst wie es nach deinem herzen einfach ist und was machst du letzten endes eierst du hier um du erzählst dir dann ja jetzt habe ich erst mal noch das buch in die hand bekommen jetzt lese ich erst mal noch das jetzt versuche ich erst mal noch mit kinesiologie jetzt versuche ich erst mal noch indem ich noch irgendwelche blockaden in irgendeiner psychotherapie löse jetzt versuche ich erst mal noch da startet so ein kleiner mini kurs der dauert vier wochen keine ahnung der kostet 100 euro jetzt versuche ich erst mal damit jetzt komme ich erst mal noch in die selbstliebe zu mir jetzt mache ich mal erst mal noch das und das und das und das hey wie lange machst du das denn schon wie lange probierst du denn schon irgendwas hinzukriegen und und eierst rum und sitzt auf dem boot mit hervorrag gesprochen hocks auf dem see und schipperst nach hier nach da und dort und beschäftigt sich den ganzen tag mit den dingen auch bedanklich die nicht funktionieren die du eigentlich zum mit k fängt das wort ein ich will es jetzt hier nicht laut sagen findest und holst auch dein umfeld deine familie dein partner noch mit 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 rein und 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 wie lange willst du dir denn selbst in der richtung etwas vormachen wenn du alleinstehen ist und im monat noch nicht wenigstens 5000 euro für dich zur verfügung hast wenn du eine familie hast und nicht im monat wenigstens fünfstellige umsätze schon machst also geld in dein leben ziehst wenn du jetzt dir sagst du sagst ich habe keine zeit dafür weil das und das und das wenn du sagst ich bin gesundheitlich nicht auf der höhe weil das und das und das erst mal noch wenn du sagst mein partner ist dagegen und ich fühle mich aber auch in der partnerschaft gleichzeitig nicht mehr wirklich wohl wenn du sagst es ödet mich an dass morgens um fünf uhr der wecker geht und ich um sieben irgendwo am arbeitsplatz erscheinen muss all diese dinge das sind doch gründe warum du endlich in deinem leben jetzt etwas verändern solltest und auch kannst weil in der tief steckt doch ein ganz anderes potenzial als das was du bislang lebst und das macht mich manchmal so oder gerade jetzt auch im moment so so wütend oder 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 sauer weil ich einfach sehe was für ein potenzial in dir steckt und du spielst immer noch das gedanken kabarett spiel ja vielleicht vielleicht auch nicht vielleicht dann doch wie weit hatte ich das bislang gebracht wenn diese dinge die ich eben aufgezählt habe wenn du immer noch in irgendwelchen bereichen im mangel bist wenn du nicht die partnerschaft lebst die du eigentlich leben möchtest wenn du nicht den beruf machst der dir selbst entspricht wenn du nicht wirklich das traum leben lebst was du dir wirklich vorstellst und was du jetzt vielleicht noch für total unmöglich hältst dann ist doch jetzt endlich der zeitpunkt gekommen in deinem leben etwas zu ändern endlich mal in die pötte zu kommen endlich wirklich mal dein leben selbst in die hand zu nehmen und aufzuhören zu funktionieren dinge zu machen die dir noch mehr energie rauben merkst du nicht in welcher schleife du da drin bist und dann immer wieder ja dir selbst was einredest warum es jetzt nicht geht wie lange machst du das denn schon und wie willst du denn in 10 20 jahren mal auf dein leben zurückblicken willst du dann zurückblicken und die ganzen spiralen und gedankenschleifen und handlungsschleifen sehen die dich keine dort weitergebracht haben oder willst du endlich mal zurückblicken und sagen oh gott sei dank ich habe meine größten ängste endlich überwunden bin da durchgegangen weil nur dann kommst du weiter ich habe meine komfortzone endlich erweitert ich bin da endlich mal durchgegangen und ich habe mir meiner familie meinem mann habe sogar unsere ehe damit gerettet habe meine familie damit gerettet habe meinen kindern was anderes mit auf den weg gegeben habe großartiges hier erschaffen habe was ganz geniales entstehen lassen habe mehrwert hier für mutter erde für die umwelt für die tiere für die menschen hinterlassen wie willst du denn zurückblicken du bist doch mit diesem potenzial hierher gekommen wie lange willst du es dann noch brach liegen lassen und jetzt lausch mal wenn du dich total angetriggert fühlst vielleicht jetzt von dem was ich gerade gesagt habe hör es dir nochmal an und hör mal mit dem herzen hin deiner seele was die dazu sagen dein verstand ist vielleicht total beleidigt und denkt jetzt die blöde kuda oder keine ahnung was oder denkt jetzt verlasse ich sofort die gruppe auch okay aber hör es dir doch bitte noch einmal an und lausch mal mit deinem herzen hin mit deiner seele was die dazu sagen okay tschüss